ja würde ich ja gerne ich bin hier sogar gerne ich habe ja am freitags immer am samstag immer so eine schöne sklavens crew auch wenn die momentan auch wenn die momentan etwas rumbockig ist da so die hälfte davon zumindest ist da so ein bisschen am rumzuppeln aber eigentlich könnte ich die samstags crew ja hier auch zum bäume schleppen anstellen das wäre ja zumindest mal eine maßnahme du meinst gefängnis fußfessel ne desi das wäre auch eine maßnahme das wäre auch cool wenn sie sich aus dem bereich ende und wenn sie sich aus dem bereich entfernen kriegen sie gleich erst mal ein stromschlag oder sowas das wäre doch mal eine idee das ist mir egal der aufstand der kann da kann sie machen was sie wollen sie dürfen halt nur keine scharfen gegenstände kriegen aber jedes mal wenn es versucht wird diese fußfessel zu lösen gleichen schlag kriegen gleich so dann könnt ihr mal sehen was ich am samstag gestern am sonntag gemacht habe ich habe diese bäume dann gesehen und ich bin den ganzen weg ja pferde wenn hier noch mal richtig geil wenn die das sind zu implementieren könnten das wäre richtig cool aber die setzen ja alles auf maschinen und offen maschinell aber guckt euch das mal an wie geil das aussieht ich habe das echt am in der folge echt bewundert wie die baumstämme jetzt hier so lang fahren ich feiere das voll ab na das ist wirklich wahnsinn das sieht so so hammer geil aus wie die hier angelaufen angefahren kommen elektrohalsband geht auch du bist auf die stämme gesprungen und konnte dann aufheben das ist ja vielleicht auch noch mal eine idee ne vielleicht so weit mit dem wagen daran fahren weil das problem ist dass die zu ziemlich weit im wasser drin sind es sieht so so geil aus ich könnte den stemmen auch stundenlang zugucken jetzt fängt es natürlich wieder an ein wenig die frage ist kann man darauf springen das ist jetzt ja echt greife in der mitte du hast so recht aber wie kriege ich die danach da draußen das ist das problem warte mal jetzt kann ich da nicht mehr drauf springen ich bin kein jump and run profi das habe ich schon immer bewiesen dass ich das nicht kann und ich bin zu müde und zu hungrig elektrohalsband mit navio zum zurückfinden zur sklaven ranch wir werden uns mal pilze hinterhauen bis gleich lieber luchsen ich bin zu müde um zu springen richtig ach bello meine schön apropos sonnenblumen ich habe neue bilder gekriegt ich habe euch versprochen ich werde sie euch zeigen ich muss das nachher in der pause gleich mal noch mal initiieren dass ich euch die von der wohnung die bilder zeigen kann die sehen mega 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 geil aus und guck mal hier kann man am ding sitzen und dann sieht man die baumstimme vorbeischwimmen auch geil das ist ja cool guckt euch das mal an oh wie geil setzen 80 ans feuer setzen 90 und dabei eine rauchenhunde perfekt da bräuchte ich aber noch so eine kleine tabakplantage das wäre noch ideal das wäre doch ideal setzen 80 mit feuer 90 100 das wäre cool ok nice gefällt mir oh bienen ach ja da war ich ja vorhin schon ne also unsere bienen sind nicht wirklich sehr ergiebig da muss man tatsächlich sehr sehr viel geduld haben oh gelagerte rinde hm da lohnt sich das doch schon wieder ne wie viele bretter kisten haben wir wahrscheinlich nicht so viele wie ich gerne hätte 20 geht 20 geht hier sind vier raucht doch die rinde genau das ist eine sehr sehr gute idee aber guckt euch das an denn gehen die wirklich die fahrend richtig eine eine schlange eine schlaufe eine wende das ist wirklich absolut hammer geil ich könnte hier stundenlang stehen und zugucken das ist wie man irgendwie stundenlang schuhe zuguckt wenn die schiffe raus und rein fahren in den hafen ähm das könnte ich genauso also wirklich mega so wir fahren mal einmal hin und versuchen dass man mit den stemmen dass wir die vielleicht mit dem karren da rauskriegen warte mal wie kriege ich das eingestellt wie kann ich gucken wie viel fps ich habe wenn du mir sagst wo ich das sehe dann sag ich dir wie viel ich habe ich konnte das mal bei steam einstellen und habe das eigentlich auch grundsätzlich für alle spiele eingestellt hier habe ich es jetzt gerade nicht bei steam kann man das ja ich gucke gleich nachher mal in der pause ähm ich werde heute auf jeden fall eine kleine pause einlegen da ich wieder alleine zu hause bin also mit den kindern also es ist auf jeden fall wenn die stemme reinlaufen in das sägewerk und es sind mehrere fängt es ordentlich an zu ruckeln aber das ist auch bei mir so ähm trotz was weiß ich guter oder nicht so guter grafikkarte so das problem ist warte mal wir werden mal einmal kurz speichern neuer spielstand speichern das problem ist tatsächlich dass ich nicht weiß wie weit kann ich ran fahren ohne dass mir der wagen abhaut ne bleib stehen und den kriege ich das ist schon mal gut äh ja herzlichen glückwunsch rückwärts reinfahren ja ja du traust der andrina ganz schön viel zu muss ich mal sagen ja ich würde mal sagen der ist weg dein ernst du traust der andrina ganz schön viel zu du traust der und Nice, oder? Geil, oder? Find ich fantastisch. Warum? Warum rutschst du da gleich wieder runter? Ich bin da kein Profi drin. Nein. Okay, also ich mit ihm rückwärts ranfahren, ich werde es nicht schaffen. Und dieser Baumstamm hier ist auch definitiv im Erdboden versunken. Herzlichen Glückwunsch. Ihr unterschätzt mich, Leute. Ihr unterschätzt mich. Wettbewerben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kurzfassung kann jeder. Unsere Daisy nicht. Wenn Daisy irgendwas in Kurzfassung macht, dann macht man sich Sorgen. Also, das habe ich ihr auch schon gesagt. Wenn Daisy irgendwas... Oh, Loviesinchen. Dankeschön für deine 50 Bits. Danke, 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 danke. Ich habe schon gehört, dass Daisy jetzt Pumpkin Days spielt. Habe ich schon gehört. Finde ich ja cool, ne? Kurzfassung. Daisy und Kurzfassung. Na, das war ja wohl ein Witz in sich, oder? Ich meine, ich frage nur für einen Freund oder so. So. Der tägliche Baum ist erledigt. Dann können wir uns ja nachher wieder dem großen, bösen Wald widmen. Ich denke an die Schriftrollen, die ich immer von Daisy kriege. Genau, kurz kann jeder. Ich bin auch traurig, dass man hier nur 500 Zeichen schreiben kann. Sonst hätte ich viel mehr Platz für den ganzen Herzen für Andréna. Oh, du bist aber auch süß, Mensch. Dankeschön. Ich denke mal an die Schriftrollen, die ich von dir bekomme. Als Daisy mir geschrieben hat, was da mit Manni denn nun ist, hat sie mir eine WhatsApp geschrieben. Wie es denn Manni geht und so weiter. Und ich sah nur am Ende der Nachricht mehr lesen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, nicht. Und ich drückte da drauf. Und es rollte sich eine Schriftrolle von hier bis nach Japapapan aus. Ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht.